Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht es um ein bisschen Arithmetik. Arithmetik, eigentlich was sehr simples, plus, minus, mal geteilt, so die Standarddinger. Und ja, wir wollen uns heute angucken, was passiert. So, als allererstes habe ich mal hier 0 reingeschrieben in unser Prozentesium. Wir wollen am Ende auf 3 kommen. Ihr erinnert euch, wir wollen 3 ausgeben. Und da gibt es ein paar schöne Varianten. Ich will einfach ein bisschen hin und her rechnen, damit ihr mit den Zahlen ein bisschen warm werdet. Ja, okay, wir fangen an. Das Einfachste, was wir uns vorstellen können, wäre wahrscheinlich Addition. Und so ist das auch. Wir können einfach sagen, wir wollen 3 auf Prozent easy drauf addieren. Und schon landen wir wieder bei, logischerweise, den, wo war es denn gerade, hier, bei den 3, die wir ausgeben können. Logisch, ne? Eigentlich gar nicht so kompliziert. Wir können hier selbstverständlich auch jederzeit sagen, wir wollen mit Registern arbeiten. Das heißt, wir können hier einfach sagen, wir wollen zum Beispiel die 3 in Prozent erx reinschreiben. Und dann wollen wir Prozent erx und Prozent easy aufeinander addieren. Okay? Gut. Führe ich gerade, ne? Wo ist das? Führe ich gerade trotzdem noch kurz aus, damit ihr es sehen könnt. Und wir landen wieder bei 3. Weil wir hier eben quasi die Addition durchgeführt haben. So. Jetzt können wir hier sagen, wir wollen nicht nur drauf addieren, sondern wir wollen vielleicht subtrahieren. Das heißt, was ich hier jetzt mache, ist, ich subtrahiere hier Prozent erx von unserem ganzen Ding hier. Und dann landen wir logischerweise bei Minus 3. Minus 3 ist so ein kleines bisschen ein Problem, ne? Weil wir können Minus 3 nicht ausgeben. Also sage ich hier unten, ich möchte natürlich einfach mal kurz 6 drauf addieren. Wird sich gleich noch ändern, ähm, weil das ist natürlich lame und so. Aber, äh, Quatsch, in easy will ich es rein haben. Ähm, aber wir wollen uns trotzdem mal kurz angucken, wie subtrahieren eigentlich funktioniert. Und wir sehen, wir landen wieder bei 3. Das heißt, wir haben hier jetzt 3 abgezogen und dann 6 drauf addiert. Jetzt, wie funktioniert subtrahieren? Subtrahieren ist so eigentlich gar nicht möglich auf unserer CPU. Zumindest normalerweise nicht. Das heißt, was eigentlich gemacht wird, ist, es wird hier erstmal das Ergebnis in Prozent erx negiert. Und dann wird es drauf addiert. Das heißt, eigentlich machen wir hier ein neg, Prozent erx und dann machen wir hier ein add. Was passiert jetzt also hier? Hier, hier schreiben wir erx wird auf, also hier schreiben wir 3 in erx rein. Dann drehen wir das Vorzeichnen und machen aus der 3 eine Minus 3 und dann addieren wir einfach Minus 3 auf easy drauf. Was wiederum dazu führt, dass wir quasi 3 abgezogen haben. Also, landen wir am Ende wieder bei Minus 3 und somit, wenn wir hier nochmal 6 drauf addieren, bei Plus 3. Gut. Also ihr seht, eigentlich ist unser Compiler gar nicht so clever oder unsere CPU gar nicht so clever, wie wir immer meinen. Aber es funktioniert wunderbar. Ich schreibe mal gerade hier kurz hin. Entspricht Minus 3. Okay. Gut. Jetzt, das war Minus 3 und das war, ich schreibe mal ganz kurz hier. Das ist nämlich der negierende Befehl dafür. Okay. Jetzt machen wir was anderes. Jetzt wollen wir vielleicht noch mehr machen, als nur subtrahieren und addieren. Vielleicht wollen wir ja mal multiplizieren. Und multiplizieren ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach, weil wir dafür mehrfach addieren müssen, rein technisch gesehen. Und ja, so primitiv muss man da fast dafür denken. Mittlerweile haben, glaube ich, einige CPUs auch ein Multiplikationsmodul. Das heißt, es geht ein bisschen fixer, weil die das quasi in sich drin schon können. Also, was machen wir hier? Naja, es gibt eine Mull. Okay. Wir wollen hier natürlich erstmal was drin haben, sonst... Ja, es, ne? Add. Add $1. 1 in % easy. Dann sind wir bei 1. Und jetzt wollen wir multiplizieren. Und zwar sagen wir einfach mal, wir wollen das Ganze mit 3 multiplizieren. Okay. Eher x und mit $3. So. Und was wir jetzt bekommen, ist erstmal ein Fehler. Warum bekommen wir einen Fehler? Weil Mull ein bisschen anders funktioniert, wie jedes andere oder wie die Addition und so weiter. Denn man darf nur einen einzigen Operanten hier angeben. Also, ich darf nur angeben, was für ein Register benutzt wird. Äh, ich will vor allem nicht eher x, sondern ich will easy benutzen. Und, ähm, ja, was ich jetzt haben möchte, ist, ich möchte einfach mal 3 rechnen. Wieso kann ich das nicht machen? Naja, ganz einfach, das wäre Integer-Multiplikation. Das heißt, unser Compiler muss sich quasi merken, ah, okay, der möchte einfach nur eine ganz normale Zahl darauf multiplizieren. Denn ich kann hier niemals zwei Register einfach so multiplizieren. Also, was passiert? Ich muss hier iMull machen. Und dann kann ich Integer-Multiplikation durchführen. Das heißt, ich lande am Ende bei 3. Dann wird 3 wieder abgezogen. Und dann muss ich hier nur noch 3 drauf addieren. Und dann müsste ich wieder bei 3 sein. Ähm, genau. Also, plus 1 mal 3 sind 3. Minus 3 sind 0. Plus 3 sind 3. Okay. Ähm, und ja, das ist jetzt ein bisschen anders, als man es vielleicht erwartet hätte. Aber man muss das tatsächlich angeben, dass wir hier einfach mit einer normalen Zahl sozusagen hier drauf addieren wollen. Okay. So, jetzt habe ich gesagt, ähm, man kann hier wirklich nur Integer auf easy drauf multiplizieren. Das ist doch total bescheuert. Was passiert, wenn ich jetzt wirklich, wirklich große Zahlen habe und ich kann die nicht immer irgendwie einfach so als Integer darstellen? Weil ich kann jetzt hier nicht einfach schreiben, Dollar, das da. Sondern ich muss halt wirklich irgendwie eine Möglichkeit haben, zwei Register aufeinander drauf zu multiplizieren. Das geht auch. Das geht insofern, weil ich hier sagen kann, ähm, ich möchte gerne eine Multiplikation durchführen. Das heißt, ich sage hier Mull. Nein, ich sage Mull. Böses Atom. Ähm, und zwar, ich möchte Prozent easy als Register verwenden. So, jetzt wird automatisch der Inhalt von dem Register EAX multipliziert mit Register ESI. Das heißt, ich muss irgendwas noch in mein Register EAX reinschreiben. Das mache ich mit Moffel zum Beispiel. Und ja, jetzt bin ich doch wieder bei einer stinknormalen Integer-Multiplikation. Ich weiß, ich bin langweilig. Macht's besser. Ähm, ich will auch noch, dass ihr das Ganze verstehen könnt. Okay. Das heißt, wir wollen hier mit EAX was multiplizieren. Und, ähm, das wird automatisch dann gemacht. Das heißt, ich habe jetzt hier 3 in EAX reingeschrieben. Und in easy steht jetzt, äh, auch 3 drin. Soweit ich weiß. Und dann kommt am Ende 9 raus, ne? Dürftet klar sein. So. Jetzt, wenn ich hier aber einfach sage, ich möchte von unserer 9, wo wollten wir sein am Ende bei 3? Ähm, möchte ich 6 abziehen. Dollar 6. In Prozent easy. Dann habt ihr gleich hier auch nochmal den Subbefehl hier in Action sozusagen. Wenn ich das jetzt hier machen möchte, kommt ein Fehler raus. Warum? Na ja, ganz einfach, dieses Ergebnis der Multiplikation wird nicht rein zufällig in easy reingeschrieben. Nein, es wird in EAX reingeschrieben. Das bedeutet, ich muss das Ergebnis, ah, und wenn es zu viel ist, um in EAX reinzupassen, dann wird es sogar noch in EDX reingeschrieben. Also in das Register EDX. Wenn es zu groß ist für EAX, dann solltet ihr aber eh vorsichtig sein mit dem Ergebnis. Ähm, das heißt, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss erstmal hier meine Zahl aus EAX noch in easy reinschreiben, äh, reinschreiben, reinschieben. Und dann habe ich sozusagen zwei Register miteinander multipliziert. Und jetzt kann ich auch, ach, verdammt. Ähm, ich mache hier mal ein Clear rein, damit es wieder übersichtlicher. Jetzt kann ich das Ganze auch wieder kompilieren. Und, ähm, wo haben wir es? Da ist es. Und dann habe ich auch wieder drei als Ergebnis. Cool. Das heißt, was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe Integer Multiplikation. Ich habe hier, ähm, Register Multiplikation. Das schreibe ich vielleicht hier. Register Multiplikation. Dankeschön. Ähm, ich habe hier eine Subtraktion. Da oben habe ich natürlich eine Addition. Und hier unten habe ich eine Negation. So. Und da habe ich natürlich nochmal eine Addition und so weiter und so fort. Aber ihr seht, das Ganze ist recht kompliziert. Und noch komplizierter wird es, wenn wir uns die Division angucken. Die Division ist das Letzte, was ich euch heute noch geben möchte. Die starten einfach mal direkt, ähm, hier. Wir machen drei hier rein. Und dann dividieren wir hier direkt einfach. Und das machen wir, indem wir auch wieder schreiben, wir wollen ein Movel. Und wir wollen logischerweise jetzt durch drei teilen. Das heißt, wir wollen die drei in Prozent ERX reinschreiben. Ähm, und anschließend wollen wir das Ergebnis oder das in ESI durch das in ERX teilen. Oder andersrum, ist egal. Deswegen schreiben wir hier div, also das Verfahren ist im Endeffekt dasselbe wie hier unten bei der Mull. Ähm, div und zwar Prozent ESI, Prozent ERX. Das ist die Division. Und dann steht das Ergebnis wieder logischerweise nicht in dem Register drin, wo wir es haben wollen, sondern nur in ERX. Und deswegen wollen wir das auch nochmal verschieben. Das heißt, wir verschieben Prozent ERX in Prozent ESI rein. Cool. Und ja, jetzt sollte das wieder ungefähr drei sein, glaube ich. Ähm, äh, beziehungsweise halt stopp. Das muss ich gar nicht angeben hier, sorry. Äh, ich bin verwirrt. Das wird automatisch mit dem Register ERX quasi, ähm, verwendet. Das brauche ich und dann das da. Wo haben wir es da? Kleidkommerausnahme. Wunderbar. Das liegt an einer sehr interessanten Eigenheit und zwar, dass EDX hier auch wieder mitverwendet wird. Das heißt, in EDX, und das wollte ich euch eigentlich tatsächlich auch zeigen, ähm, in EDX, also es wird im Endeffekt hier eine Division, ähm, durchgeführt. Und zwar Prozent ERX geteilt durch Prozent ESI. Aber jetzt nicht nur ERX, sondern eben auch EDX. Und dann konkateniert mit ERX. Und da steht dann irgendwas drin, was wir nicht festgelegt haben. Denn am Anfang von unserem Skript haben wir nichts in EDX reingeschrieben. Das heißt, da steht irgendwas drin. Und das ist halt brutal, ähm, das kann euch immer passieren, da steht halt irgendein Wert noch drin. Ähm, und deswegen müssen wir hier am Anfang quasi sagen, hey, wir wollen ERX, äh, EDX erstmal sauber machen. Und wollen da 0 reinschreiben. Wenn wir es irgendwie verwenden. Deswegen muss man das wissen, dass das da eigentlich mitverwendet wird. Das ist das Verrückte da so. Okay, ähm, so, machen wir nochmal. Ähm, GZ10-10, Nopi und ausgeben. So, und jetzt landen wir wieder bei der 3 und wissen, was passiert ist. Jetzt noch ein paar Worte zu dieser Division. Und zwar ERX und EDX werden auch beide als Ergebnis benutzt. Warum haben wir hier nur ERX benutzt? Naja, ihr erinnert euch vielleicht noch an, ähm, Modulo rechnen. Und an die Tatsache, dass Modulo und geteilt durch eigentlich sehr viel gemeinsam haben. Modulo ist quasi der Rest. Das heißt, wenn wir hier ganz, also wir wollen eigentlich hier eine Integer-Division machen. Wenn wir es genau nehmen, wir wollen eine Ganzzahl-Division haben. Aber wenn wir das nicht machen, was wir hier jetzt gemacht haben, dann kann es passieren, dass wir hier den Quotienten bekommen und den Rest sozusagen. Quotient, der befindet sich immer in EAX. Während der Rest, der befindet sich in EDX. Und je nachdem, seid da vorsichtig, was ihr da reinpackt sozusagen. Das heißt, was ihr da rüber schiebt in EAX. Ähm, genau. Ja, das sei mal hier so viel zu allem gesagt. Ähm, ja, wir haben jetzt hier sehr viel gemacht und wir haben noch nicht mal die Logik angekratzt. Das wollen wir dann das nächste Mal machen. Ähm, wichtig ist nur, dass wir hier unten wieder bei, bei 3 glaube ich rauskommen, oder? Ähm, beziehungsweise sogar noch tiefer. Hier kommen wir insgesamt dann wieder bei 3 raus. Beziehungsweise hier schon. Ähm, hier können wir quasi festlegen. E-Sieg gleich 3. So, das ist mal unsere, unsere sozusagen, ähm, Invariante. Und ja, das sollte es mal gewesen sein für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Beispiele gesehen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.